Jetzt mal für die Nominierung der Ice Bucket Challenge, wir nehmen die Nominierung natürlich gerne an. Nominieren dann selber Hans Zarpay, Vivian Conker, aktuellen Miss Germany und wir nehmen als drittes unseren Handsprecher Kevin Gervin. So, jetzt guck mal an, die ganzen Muschis haben alle immer nur so keine Eiswärmchen drin, hier ist richtig was drin, richtig kalt. Okay, Jungs, gehen wir!